ETF-Sparpläne sind eine gute Möglichkeit, mit dem Sparen möglichst einfach und unkompliziert anzufangen. Sie sind eine gute Anlagemöglichkeit und deswegen schauen wir uns in diesem Video einmal an, worauf es beim Investieren in einen ETF-Sparplan ankommt. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute beschäftigen wir uns mal wieder mit dem Thema ETF-Sparplan. Ganz kurz noch einmal, was ein ETF ist. Ein ETF ist ein Exchange Traded Fund, also ein Investmentfonds, in den ihr investieren könnt, der wiederum in Aktien oder andere Wertpapiere investiert und Indizes abbildet. Ihr könnt also, vereinfacht gesagt, mit Hilfe eines ETFs ganz einfach einen Markt kaufen oder eine bestimmte Branche kaufen. Anders als beim direkten Investieren in einzelne Aktien, also in einzelne Unternehmen, ist der Aufwand bei ETFs deutlich geringer, weil ihr keinen so großen Rechercheaufwand betreiben müsst. Ihr gebt also euer Geld über eine ETF-Gesellschaft in einen ETF-Fonds hinein und die Gesellschaft kümmert sich dann darum, die einzelnen Aktien, die in diesem Index, der nachgebildet werden soll, zu kaufen. Naturgemäß investieren ETFs also immer in viele unterschiedliche Unternehmen. ETFs unterscheiden sich dahingehend zu ihrem Schwesterprodukt, nämlich den aktiv gemanagten Fonds, dass sie passiv gemanagt sind. Das bedeutet, die Aktien, die gekauft werden, orientieren sich zu 100% am Index, der nachgebildet werden soll und es gibt kein aktives Fondsmanagement, was einzelne Wertpapiere heraussucht und bewertet. Und genau aus diesem Grund sind ETFs auch günstiger als aktiv gemanagte Fonds, weil man kein großes Team an aktiven Fondsmanagern bezahlen muss. Aber was sind ETF-Sparpläne und warum sollte man in diese investieren? Das erste Argument haben wir ja vorher schon angeführt, da ihr damit sehr, sehr einfach diversifizieren könnt. Das heißt, ihr könnt euer Risiko auf viele Unternehmen streuen, indem ihr ein einziges Produkt kauft. Der Vorteil des Sparplans ist, dass ihr in regelmäßigen Abständen in solche ETFs investieren könnt und das Ganze dann automatisiert ist. Diese Abstände können zum Beispiel monatlich sein, vierteljährlich sein, halbjährlich oder auch nur einmal im Jahr. Ein weiterer Vorteil für Leute, die gerade mit dem Vermögensaufbau erst anfangen, ist, dass die Investitionssummen sehr niedrig sind. Ihr müsst nicht erst mindestens 5.000 Euro auf den Tisch legen, sondern könnt schon ab 25 Euro im Monat anfangen, solche ETFs zu besparen. Weitere Vorteile neben der großen Diversifikation und dem geringen monatlichen Sparbetrag sind, dass ihr langfristig euer Vermögen strukturiert. Außerdem spart ihr beim Investieren in einen ETF-Sparplan viel Zeit, da ihr euch einmal das richtige ETF aussuchen müsst und dann jeden Monat automatisiert reinspart ohne euch weiterhin damit beschäftigen zu müssen. Welche Risiken birgt jetzt das Investieren in ETFs? Die Schwankungen bei ETFs sind genau dieselben wie die Schwankungen, die auch der Index hat, auf den dieses ETF aufgelegt ist. Kommt es in den Bereich, in den ihr investiert habt, zum Beispiel in einen Index auf Europa, zu wirtschaftlichen Schwächephasen, werden auch die Kurse fallen. In diesem Fall fällt natürlich auch der Kurs von eurem ETF. ETFs genauso wie Indexfonds sind Investitionen, die ihr langfristig betrachten solltet. Ihr solltet euch nicht jede Woche neu überlegen, ob ihr diesen ETF weiterhin besparen wollt oder ob ihr doch vielleicht die Anteile verkauft, weil ihr denkt, dass es jetzt ein gewisses Risiko gibt, dass die Aktienkurse fallen werden, sondern ihr solltet langfristig zu eurer Investition stehen, regelmäßig einbezahlen und lange halten. Das bedeutet zehn Jahre oder vielleicht sogar länger. Hierdurch habt ihr den Komfort, Krisenzeiten auch einmal aussitzen zu können und gerade beim Sparplan davon zu profitieren, wenn die Kurse niedrig sind, auch günstig einzukaufen. Worauf kommt es denn jetzt an, wenn ihr euch für euren ersten Sparplan entscheidet? Wenn ihr noch nicht so viel Geld zum monatlichen Besparen zur Verfügung habt, macht es Sinn, einen ETF auszuwählen, der auf einen möglichst breiten Index angelegt ist. Am besten einen Index, der die gesamte Welt repräsentiert. Hier könnte man sich zum Beispiel den MSCI World Index heraussuchen. Was der MSCI World Index ist, das haben wir in einem weiteren Video bereits erklärt, das ihr hier oben in der Infokarte finden könnt. Wenn ihr etwas mehr Geld zur monatlichen Verfügung habt, wie zum Beispiel, sagen wir mal ab 100 Euro, könnt ihr euer Geld in zwei ETF-Sparpläne aufteilen. Da könnt ihr zusätzlich zum MSCI World Index auch noch den MSCI World Emerging Market Index hinzunehmen. Der Emerging Markets Index bildet nicht nur die Industrieländer ab, sowie der MSCI World, sondern die Schwellen- und Entwicklungsländer. Das ist nochmal ein ganz interessantes Renditepotenzial und es lohnt sich, das mit dem MSCI World zu mischen. Somit habt ihr die Weltwirtschaft noch besser abgedeckt. Wenn du deutlich mehr Geld monatlich sparen kannst, sagen wir mal zum Beispiel 500 Euro, dann solltest du dich damit beschäftigen, ein wirkliches Portfolio aufzubauen, wie zum Beispiel das Weltportfolio nach Gerd Kommer. Was das genau ist, dazu haben wir dir auch bereits ein Video gemacht, das du ebenfalls hier oben in der Infokarte finden kannst. Ein weiterer wichtiger Punkt beim Abschließen des richtigen ETF-Sparplans ist es, auf die Kosten zu achten. Gerade Online-Broker wie zum Beispiel die Comdirect oder Flatex bilden eine ganze Palette an sparplanfähigen ETFs an und viele davon sind sogar kostenlos monatlich besparbar. Somit, wenn ihr einen kostenlosen ETF-Sparplan bespart, spart ihr euch die regelmäßigen Transaktionskosten, die normalerweise immer dann anfallen, wenn ihr ETFs kauft. Ein weiterer Kostenpunkt beim ETF-Sparplan sind die internen ETF-Kosten, das sogenannte Total Expense Ratio, wo auch die Verwaltungsgebühren der ETF-Gesellschaft mit reinspielen. In der Regel sind diese ETFs aber alle sehr günstig, trotzdem könnt ihr immer darauf achten, wenn ihr verschiedene ETFs miteinander vergleicht, möglich den günstigeren zu finden. Welche Kriterien sonst noch bei der Auswahl des richtigen ETFs eine Rolle spielen, dazu haben wir euch auch bereits ein Video gemacht, was ihr ebenfalls in der Infokarte finden könnt. Das war es schon zum Thema ETF-Sparplan. Wenn ihr jetzt direkt loslegen wollt, haben wir euch bereits ein kurzes Tutorial produziert, wo wir euch genau zeigen, wie ihr vom ersten Schritt, nämlich der Depoteröffnung, bis zum Abschluss des kostenlosen ETF-Sparplans alles selbst durchführen könnt. Den Link zu diesem Tutorial findet ihr unten in der Beschreibung beziehungsweise auch am Ende dieses Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du uns einen Daumen hoch gibst. Ansonsten, wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Finanzprodukte, Geldanlage und Anlagestrategie, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Wir wollen dir helfen, deine Finanzen selbst im Griff zu haben und unabhängig von Beratern Entscheidungen treffen zu können. Abonnier unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen.